Ein Toilettenwaschraum mit Waschbecken, Spiegel und einer jungen Frau, die sich schminkt. Aber der Spiegel ist kein Spiegel, sondern eine Glasscheibe. Hinter der Glasscheibe gibt's den gleichen Waschraum nochmal, Spiegel verkehrt natürlich. Und die junge Dame, die Sie hier sehen, das ist nicht eine junge Dame, sondern ein Zwillingspaar. Mit einer Schwester hinter der Scheibe und einer davor. Oh, das ist kein Spiegel. Doch, wieso sehe ich mich da nicht? Kann ich auch nichts dafür. Das ist ja seltsam. Sehen Sie mich im Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich Sie auch, aber... Das ist ja grob. Sich selber sehen Sie aber nicht. Doch. Aber ich sehe mich da nicht. Wohl zu viel Dracula gesehen. Jetzt sehen Sie mal da hin und gucken Sie. Ich gucke mal da hin. Ich sehe Sie, aber mich nicht. Und jetzt sehen nur Sie mich nicht. Also ich kann Sie sehen. Ja, ich sehe auch. Jetzt möchte ich jetzt wissen, was das ist. Ich sehe hier auch das, aber... Achso, die Hand ist nicht gesehen. Die ist nur von vorne. Das ist... Das ist... Ja, was ist das denn? Was ist das für eine komische Scheibe? Ja, tatsächlich. Sie müssen sich sehen, wenn Sie sich nicht sehen. Aber ich bin... Ich bin ja plötzlich unsichtbar. Also was ist los? Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin ja in der Tür. Danke. Bitte. Haben Sie ein Problem? Was ist denn das mit dem Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich mich nicht. Das kann ich auch nicht dafür. Das ist ja eingewortig. So, dann sehen Sie... Ja? Nein. Nein, Sie haben ja auch nicht. Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin los, ich fühle mich noch nur. Spät ist kaputt. Gegen vier, kurz nach vier. Danke. Das kann man für Spiegel nicht verarschen. Haben Sie ein Problem? Das sind wir im Spiegel nicht. Kann ich auch, wo das war früher. Erzählt mich leicht. Tolle Anmache, wirklich. Erzählt mich leicht. Hallo, Entschuldigung. Sehen Sie mich im Spiegel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Ganz einfach. Das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich sind Sie ein Vampir. Ich glaube nicht. Das ist doch so, um Spiegel zu finden. Was sind das für ein Spiegel? Die kann man sehen und mich kann man nichts sehen. Darf ich mich mal bei Ihnen da hinstellen? Das ist ja merkwürdig, ne? Das ist ein Ding. Sie sieht man und mich sieht man nicht. Das habe ich aber schon nicht erlebt. Das ist ein Ding. Ich bin unsichtbar. Auch nicht schön. Können Sie sich sehen? Nein. Wie können Sie mich sehen? Ja. Ich sehe mich nicht. Jetzt sind Sie wieder weg. Ich würde direkt mal gucken, wenn jemand anders reinkommt, ob das auch so ist. Jetzt sehe ich Sie wieder. Das ist ein Ding, ne? Die kommt vom anderen Stern, glaube ich. Das ist mir zwar noch nicht bewusst, aber irgendwas stimmt da nicht. Das fass ich nicht. Nehmen Sie nochmal die Brille runter. Wie lange nicht? Jetzt sehe ich nur noch den Mantel. Schält Sie sich mal hier auf der Herd? Das würde ich noch nicht angehen. Immer zu gehen. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Jetzt sind Sie plötzlich. Ja. Kommt die nochmal zurück? Da ist es nicht. Weil das ist doch... Oder ist das erst? Das ist... Nee, so. Das ist so cool. Ja. Wir sehen uns wieder. Auf Wiedersehen. Ja. Und da sind wir auch nicht. Einige Musik.